Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Woche Sound of the Ocean Fever. Ich habe diesmal sehr genossen, die Reihe zu handarbeiten, dass meine Hände Lust drauf hatten. Die Farben habe ich sehr genossen, die haben sehr zum Sommer gepasst. Und ich habe natürlich die Reihe 157 fertigstellen können. Das Wetter hat diesmal wunderbar mitgespielt und ich war ein bisschen vorne auf der Veranda mal abwechslungshalber. Und natürlich sind wunderschöne Bilder von euch reingekommen. Andrea ist bei Reihe 23 angekommen. Und ich glaube, alle bisher, die ihr mir Bilder eingeschickt habt, ihr arbeitet mit dem Sound of the Ocean Garn Set. Wenn ich mal was anderes sehe, sage ich euch Bescheid. Ja, ja, mit Diana. Diana hat diesmal bis zur Reihe 41 geschafft und hat mir neue Bilder geschickt. Sie arbeitet in der Mosaiktechnik. Also nicht im Mosaik, muss in der Mosaiktechnik. Und sie arbeitet die Reihe praktisch zweimal, aber es gibt ein sehr schönes, erhabenes Bild. Und soweit ich das verstanden habe, muss sie immer nur eine Farbe mitführen, was auch sehr interessant ist. Nadine schickt uns ein Bild. Ich glaube, das ist aus dem Urlaub. Soweit ich das richtig verstanden habe, Nadine war im Urlaub. Oder hat einen Ausflug gehabt und ist bei Reihe 130 angekommen. Und natürlich ist auch Teddybär dabei. Jessica hat auch mit dem Sound of the Ocean Set Reihe 141 geschafft. Und Antje hat sich Wunschfarben zusammenstellen lassen und sie ist bei Reihe 222 angekommen. Ja, vielen, vielen Dank für all eure Bilder. Ich habe mich riesig gefreut natürlich. Und ihr könnt wie immer mir jede Woche eure Bilder zuschicken. Egal, ob ihr bei Reihe 1 oder Reihe 750 seid. Und egal, mit welchem Garn oder welche Wolle ihr arbeitet. Ich freue mich darauf. Ich meine in Erinnerung zu haben, es gab eine wundervolle Strickvariante. Vielleicht kommt da diejenige auch nochmal auf mich zu. Aber auf jeden Fall, es gibt viele Alternativen, wie ihr das Ganze handarbeiten könnt. Die Variante speziell von mir ist natürlich gehäkelt. Aber rein theoretisch könnt ihr das natürlich auch stricken. Ja, weiterhin viel Spaß beim Häkeln. Ich freue mich auf die nächste Woche und ich freue mich auf eure Bilder. Dankeschön fürs Einsenden und bis dahin viel Spaß. Ciao, ciao.